Musik 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 Schimmeljau meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Monster Hunter World Wir müssen uns leider jetzt in etwas reinquämen, was ich nicht machen möchte. Wollten wir nicht farmen? Bist du sicher, dass du erst farmen willst? Und nicht erst das jetzt hinter dir bringt? Welche Fächer hatte er denn noch? Hast du genug gesammelt, weil ich glaub ich hab dich ge... Eis. Eis oder Wasser oder Drache? Dann nimm ich Wasser. Wasser hab ich auch. Moment, warte, ich will es erst mal gucken. Eis hab ich nicht. Ich hab nur Aqua 2. Was anderes hab ich nicht. Ich hab noch einen Kraftbogen. Der Jäger-Kraftbogen, geht der auch? Wenn er kein Element hat, geht das auch, klar. Hat kein Element, ne. Ja, ich hab nen Aqua Stab. Das ist bei Wasser mit meinen... Weil ich nehm meinen Koloyako, der hat nämlich 15% Affinität. Ich hab zwar meinen Stab, der mit 10% Affinität ist, aber der ist nicht gegen Wasser. Nicht gegen Wasser, ähm... Nicht gegen Wasser, ähm... Ja, bei Element hat der Donner. Und der andere hat Wasser. Ja, dann nimm Wasser. Ähm... Ja. Ich nehm wieder Gesundheitsbooster mit. Okay. Sobald wir dann da sind... Ach, jeder muss erst mal alleine. Hahaha. Ja. Oh, shit. Da war ja was. Oh, ne. Dann würd ich sagen, ihr drei nehmt erst mal den Gili-Mantel mit. Zieht den Gili-Mantel an. Sobald ihr zum Kämpfen seid. Und dann könnt ihr nämlich einfacher abhauen. Also doch wieder mal. Würde ich sagen. Ist einfacher, oder? Ach gut. Weil, Yami, du kennst ja das Gebiet, wo der anfängt. Und dann kommst du nicht so schnell weg. Ja, aber... Ich... Ich kipp das hin. Die beiden könnten... Ja, ja. Aber, ne. Du weißt, was da... Lager eins nehmen. Oder eins der anderen vier. Oder drei Else. Wie du willst. Also... Also... Eigentlich wäre es besser... Lager... Du, 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 du. Jetzt kann ich das nicht lese, weil mir der Quest-Fetzer da wirklich ist. Lager 15. Dann nehme ich das. Dann seid ihr eigentlich direkt da, wo er ist. Denn da werde ich nämlich jetzt anfangen. Ja, weil ich das ja schon hab, deswegen. Weil ich wusste halt, ich hab jetzt alle hab, deswegen. Das sagst du mir jetzt wohl schon. Ja, du kannst ja mit Schnellreise dahin, hab ich ja auch gemacht. Ja. Wobei? Hm? Hallo? Diablos? Wo bist du? Hallo? Ich bin jetzt verarschlich. Der hat Feierabend. Ja. Schön wär's, sag mal. Jawoll! Was? Uff. Dann fiel ich nicht raus. Achso. Da kommt was jetzt. Hat die den jetzt schon besiegt, oder was? Ich war aber auch verwirrt. Sorry. So ist es etwas, du. Oh man, oh man, oh man. Wie verwirrt man unsere Leute, ne? Mit einer Aussage. Was? Sag mal, halt. Beckenbruder. Okay, der ist dann doch nicht da, wo ich eigentlich gedacht habe. Ich find auch irgendwie gar keine Spuren. Das ist wie verarschen oder so. Ah! Ne, das war der Bord. Ah! Doch, da ist irgendwo, wo ist die Fuschgung. Ach, da ist die Fuschgung. Sack. Das kann ich dir nicht sagen. Ja, ich kann entweder links rum gehen oder geradeaus nach oben. Ach, jetzt hab ich diese Grenze. Hallo. Hallo. Wo ist er? Bist du? Da wo ihr das erste... Wo der Barot das erste Mal aufgetaucht ist, genau. Also nicht da unten, sondern da oben. Genau. Doch bei Lager 1, oder was? Nein. Ich kann grad nicht gucken, welches Gebiet das ist. Ich bin gerade in der Sequenz. Das ist Gebiet... 8. Okay. Ich brauche hier zum Beispiel den Barot als erste Barreise. Ja, ich bin in 15 gewesen, deswegen müssen wir da mit Schuss. Ich halte mich wacker, bis ihr kommt. Ja. Ich bin nicht in 15 gewesen, deswegen müssen wir da mit Schuss. Jetzt gibt's... Hiiii! Spring Frau, spring. Egal was du tust, spring bitte. Weil ich... Boah, das ist so... Okay, wir gehen wieder zu. Oh gawd. So, das Gegente stair? Oh ich bin ein bisschen这样 will. Oh tschüss, oh tschüss, ich war niemals da. Nein, 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 nein. Oh, jetzt kommt sie von uns. Hi Diablos. Na, du Schnuckel? Ich habe lange nichts gesehen und dann wieder erkannt. So hat meine auch gerade geguckt. Ich habe nicht mehr gesehen. Ich verziehe hier immer wieder knappe Sachen. Ich komme. Erscheinen reicht. Meinst du? Ja. Na, komm baby, komm. Ha ha. Ha ha. Oh shit. Oh shit. Ich habe die Schmack. Genau. Ja. Ich habe die Schmack. Ich habe die Schmack. Ich habe die Schmack. Ey, warte auf! So, ich erhöhe mal die Schwierigkeit bei Jumpen. Sobald die anderen da sind, kann ich auch Tipps geben, wie man am besten gegen ihn kommt. Ich will gerade noch stelle einen Barottludel. Oh ja. Wegen dem Lachen wurde ich jetzt das erste Mal getroffen, überhaupt, ey. Wie gemein. Das war so ganz trocken, ey. Was ist mit dem Barottludel? Er ist doch nicht so. Er ist wieder Vorteil, du schickst gegen jemanden, oder? Der Diablos kürzt den Barottludel. Genau. Der Scheiße, der sich immer im Boden tut. Der Scheiß steht nicht in der Folge. Er ist so schön. Er ist so schön, wenn ich mich nicht auf dem Weg hinkeuzie. Der ist so schnell von mir vorbei. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ich find dich grad jetzt in Scheiße. Verpiss dich mal ein bisschen bitte. Loll, du sagst, dass wir in dem Moment mit meiner hier fliehen. Ist ja geil. Wie in Richtung deiner Schlafhöhle. Was hab ich denn jetzt verpasst? Hallo? Hallo? Ich bin jetzt auf einmal hier kaputt. Okay, jetzt kann ich aber nicht schlafen. Ich verdorren. Ich komm an und zum Kippe. Ne, ne, so weit bin ich noch nicht. Ah, bereits. Ne, ne, alles gut. Also ich geh grad raus. Mach nach kurz die Taschen leer, dann komm ich ja ab. Brauchst du Zeit. Weit. Wir leisten die Vorarbeit, ne? Keine Ahnung. Die Profis müssen die meist aber gleich. Das ist doch klar. Ich bin selber garantiert. Ab einem bestimmten Zeitpunkt werd auch ich. Ne? Oh, das schaffen wir schon. Wir warten schon. Na ja, das ist die Zeit. Wir warten nicht. Also warum führt er mich da um, wenn ich hier rufe? Also der ist da, wo er schläft, ne? Ich weiß! Deswegen, die haben mich eigentlich nicht Eingang geführt, aber das Loch war ja auch da, also. Warum umständlich, wenn es auch einfach ist? Jawoll. Darf ich den Mantel jetzt eigentlich wieder wechseln? Ja 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 ja! Jajajajaja! Uh! Uh! Achtung! Achtung! Ja, ich was? Natürlich zu mir! Oh, Achtung! Aha! Er mag dich! Trotzdem trifft er nicht! Ah! Oh, verdammt! Jetzt hat er aber getroffen! Vielleicht nicht aufgepasst! Nein, Entschuldigung! Er mag meine Katze! Ey, Alter! Ich hab mich doch in dem Moment gerollt! Du kannst mich gar nicht treffen! Upsi! Ich hab mich doch in dem Moment gerollt! Ich drück da hin und sie läuft geradeaus! Das sind wir die Richtigen hier! Sorry! Alles gut! Zuerst war ich unmännlich geworden! Wer kommt denn da ständig an sein Mikro? Ich nicht! Das kann ich sehen, wenn ich die Flasche abstelle! Ja, das bist du! Das war keine Absicht! Das war keine Absicht! Aber als nächstes Mal weiß ich das! Ich bin gleich wieder da! Er haut ab! Er haut ab! Er haut ab! Er haut ab! Ey, drück ich hier gerade so nirgendwo! Ja, weil ich gerade essen mache! Das behaut er ab gerade! Alter, richtig gut essen! Was es hier gerade gibt! Was ist denn? Was ist denn? Also vorsichtig! Jawoll! Was hab ich denn jetzt gebrochen? Der zweite Horn? Ich bin jetzt gebrochen! Der zweite Horn! Aber woanders sind wir? Ja? Ich denke, wir haben die ganzen... Ja! Oh! Bitte! Danke! Hallo! 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 Halloa! Sobald er den Kopf neigt und die Flügel nahe an seinen Körper zieht, rennt er darauf los, wohin er guckt! Also weg da aus dem Weg! Okay! Wie ihr sehen könnt, schlägt er auch zweimal mit den Hörnern eigentlich vor sich her! Und wenn er sich eingräbt, am besten normalerweise die Waffe wieder einstecken und rennen! Und kurz bevor er eventuell bei euch rauskommt... Nein! Ooooooh! Ich hab doch schon längst aufgehört zu drücken, du behinderte! Ah! Am besten abrollen! Ja! Ich... Ich wollte es so kurz abmachen! Er hat doch so abrollen nicht funktioniert! Ich hab grad X gedrückt und dann kam er hoch! Alles gut! Oh, war schon jemand unmächtig? Ja! Ja, ich dann! Ich auch! Weil die nicht in die Richtung gerannt ist, wo ihr nicht sollt, wo ich nicht gedrückt habe! Ja! Das war auch unmächtig! Sack! Oh shit! Jawoll! War zwar eigentlich nicht so geplant, aber egal! Oh shit! 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 Hä? ich war doch ja gut du musst ja aber ich bin nicht unmächtig jetzt holen wir die power raus jetzt nehmen wir nämlich der pukki mit lager und gibt es dir dann da hoffen wir es auch wirklich jetzt da auftaucht ich 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 Warum seid denn hier alle immer so schnell? So wirst du mir zu? Echt? Wo steht denn hier die Truhe überhaupt? Um der Ecke glaube ich. Ja. Ich nehm vorsichtshalber Fahre. Ja, ich hab auch Beruhigungsbomben, aber nur zwei leider. Ja, ich hab sechs mitgenommen. Sicher, sicher. Oh, hi Baby. Hi Baby. Oh, so. Ui. Und? Ja, wo ist schon da? Aber natürlich. Na klar. So nice. Und? 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 Achtung Achtung Du sollst dich abholen und nicht immer ein Bordeltscher machen, Pferde, was ist denn los mit dir? Oh, ich bin erleuchtet Oh, knapp am Felsen vorbei Schade Scherzi, Felsen, 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 Felsen Jawoll Achtung Also knapp am Felsen vorbei Achtung Na hallo, Schnugel Ach ja, war ja klar Das Da hab ich immer den Schwanz getrunken Ja, ich hätte nur die Chance wegzurennen Was? Hey, Schimmi Guten Tag Wie warst du aber wieder hier? Bleib mal da stehen Du kannst ja machen das jetzt mal Oh. 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 Knapp auch mein Arsch vorbei. Achtung! Der war nur hinter mir, ja alles gut. Ich sag trotzdem Achtung. Boah. Oh. Schön, dass du freiwillig zu mir kommst. Ja, jetzt auch da. Ja. Nach oben? Damit nach oben. Wie nach oben? Nach oben. Ich muss meine Sasse schärfen. Was hast du da? Ja. Das ist super. Danke. Also Attack Day, bei der wird es ab und hoch zu springen. Hä? Bei der wird es wahrscheinlich ab und hoch zu springen, wenn es geht. Und das ist ja nicht so oft. Vor allem nicht, wenn er den Sprintangriff macht. Weil dadurch er bestätigt ist. Genau. Dadurch er bestätigt. Also hab ich jetzt so. Kann auch sein, dass es einfach so oft gibt. Oh! Was war hier denn Arsch? Haben wir noch was gebrochen? Hast du ihm den Anus gebrochen oder was? Ich mach mich scheiden. Du bist so tief eingedrungen. Ich hab das noch verperkt, oder nicht? Ich war es nicht zärtlich genug. Jami, jetzt weißt du aber auch, was der hier frisst, ne? Hä? Jetzt weißt du aber auch, was er- aah! Das wollte ich nicht. Was er da frisst. Fernsehen. Genau. Uh. Das wird gefährlich werden, dass sie zu klettern, ey. Nein. Wow. Nein! Oh. 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 Haben wir uns jetzt gegenfettig genug? Ach. Der Shibi flüchtet lieber nach unten. Ich bin gerade versindlich zu weit gerutscht. Oh shit. Oh shit. Nein, 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 nein. Oh. 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 Kommt. Mach ich dich durch den Greffer, rennst du weg oder was? Natürlich. Nein, 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 nein. Wut? Nein. Den hat's jetzt erwischt. Ich tagte, ey. Der war kurz an mir vorbei. Oh, halt dir ab, was willst du für schön? Also der nimmt uns aber wirklich auseinander, ey, das ist ja apatisch. Das ist, das wäre der... Glaubbar, frag die Yami, wie ich hier alleine saß und versucht habe, den alleine zu machen. Den hast du, glaube ich, sogar alleine geschafft. Na, nach einigen Ausrastern. Den schwarzen, der war noch schlimmer. Boah, ich weiß nicht. Also, ich weiß, was du sagst, ne, aber... Willst du den Nahkämpfer bleiben? Ich würde bleiben, weil ich habe ja das hergestellt. Ja, dann wechsel ich auf Bogen. Und du bist leider sehr, sag ich mal... Sprunghaft. Nicht sprunghaft, sondern dadurch, dass du springst, bist du verletzbarer. Genau. Ja, das Problem ist, ich kann ja nicht viel anderes machen. Deswegen. Und ihr seht, ich brauche ja nur unter ihm und kann mir kaum... Oh, du bist's. Oh, ich habe keine Haltrenke. Gut, dann stellen wir uns welche her. Aber jetzt hört ihr mich nochmal, ja? Ja. Also, ich habe dich vorhin sehr stark abgehört bei mir. Also, ich habe, wie gesagt, verstanden, was du sagst, aber man musste schon ein bisschen entziffern, was du jetzt meintest. Ja, ansonsten packe ich mein Mikrofon wieder so... ...mich das jetzt besser wirklich immer... ...und so. Okay, mein Netzteil wird scheinlich. Ich verwende gar keinen. ...und so. Und so. das problem ist ich habe sonst keine andere waffe die auf wasser ist ja ich habe jetzt einmal ein aqua bogen auch wenn er ein bisschen schwächer ist ich habe ja nicht was ich habe nur ein pulser bogen oder ein eisen hat der eisenbogen ein element ja dann nimm den element ist sich zwingt du hast nur halt mit dem element wenn das schwäche vorteil ist wie es sich ja nennt vorteil element los ist jetzt nicht so schlimm hauptsache der guten angriff und eventuell affinität angriff 96 obwohl aber wenn ich dir mit elementen ist das doch auch egal oder welches element vorteil ja der andere der stärker ist der donner aber der hat mehr ausgerüstet sollten da ist okay ist okay gut dann nämlich den es war nur ein stern aber ist okay solange da kein extra steht ist alles gut mit lachen gleich kommt die essen mitten beim diapos kampf der hat der hat affinität plus zehn prozent ja also ich habe es der aqua boge mit kinder donner habe ich das nicht ja mal gucken ich habe aqua langswert wieder lager 15 aber da ja 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 Wenn nicht, müssen wir halt noch ein bisschen Farbe für bessere Waffe. Könnte man vielleicht auch mal in Erwägung ziehen, dass man sagen, wenn wir es jetzt nicht packen, dass wir dann gut erstmal noch Rotfarbe gehen. Deswegen war das für mich persönlich auch keine Waffe, aber man hat ja immer Ausweichung können. Es kommt aufs Monster an, sage ich mal so. Genau. Ist er schon da? Na süß. Und du gibst dich sofort ein, Vorsicht. Du Pisser! Was denn? Was hast du, du Pisser gesagt? Ja, drumherum dir ab oder so. Achso. Nicht? Na doch, ich bin schon. Achtung. Achtung. Oh. Achtung. 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 Das ist einfach viel. Achtung. 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 Wie? Ich hab dich nicht getroffen, willst du mich verarschen? Es war leider leicht hinter ihm Ich war in dem Monster festgebracht Nein, 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 geh weg Boah, verdammt Das war knapp, Achtung Was war denn? Wenn er so kurz inne hält Dann ist seine Energieleiste so ein bisschen leer So wie bei uns, wenn wir zu lange gerannt sind, zum Beispiel Wenn du die Energieleiste nicht im Blick geantragst, weißt du? Ja Aber der geht nie auf Das war mal knapp Wo, wo ist er? Wo ist er denn jetzt? Ja Deswegen bin ich ja gerade selber auch erstaunt Ich dachte, der spricht bei mir raus, deswegen hab ich mich ja gerollt Bei mir ist der Kreisrot, hä? das sind die Kestodons. Ah, Kestodons, Kestodons, Kestodons. Weil er geht nämlich wieder fressen. Ich muss meine Woche schaffen. Mach doch das. Ob ich ihm wieder den Arsch spreche? Wenn er wieder zu hart halten geht. Jetzt habe ich ihm was gedacht. Und ich habe ihn auch die ganze Zeit in den Arsch geschossen. Mann! Sprich doch zur Seite, finde ich das wohl. Ich gehe doch. Okay. Das ist ein bisschen. Lass mich in Ruhe! Was? In Ruhe lassen? Was ist das? Nein 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 Aua Ich habe das Gefühl mit der Wasserwaffe mache ich mir Schade. Wie mit einem normalen Bogen Ein Horn ist weg Oh 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 Suck 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 Oh du bist aber schnell geflogen du Ah Oh Oh die kleine See? Oh das sieht so gut weh haut auf oh die wollen mich denn mal den insekten ja ich geh doch die ganze zeit in die Richtung und fühl mich auch in die richtung für spiele Also wir dürfen nicht mehr onmächtig werden. Oh shit, 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 shit. Achtung, er hat sie eingegraben. Oh, okay. Guck mir. Er greift sie wieder ein. Oh, hallo Baby. Du möchtest zu mir? Gerne. Oh shit, ich wollte ihn nicht weg. Er hat mich nur ganz minimal verwischt. Sei froh, Baby. Achso, hä? Ne, das war mein Mantel. Klingelhaft. Warte, gerade auf den Moment wieder weg. Autsch. Mit einem Zee getroffen. Ja, okay. Nein! Nein! Oh ho 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 ho. Er hat mich verloren. Hahaha. Hahaha. Wollt er sich gerade verbuddeln, aber meine Steine haben es verhindert? Keine Ahnung Ich hoffe, die stören meine Steine nicht. Nein, nein. Es ist einfacher, so seine Flügel eventuell zu brechen. Ich prall die ganze Zeit von seinem Schwanz ab. Schade, der war da so schön. Schade, schade. Wirklich der Schwanz. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir versuchen es beim nächsten Mal. Jetzt geht es erst mal essen. Oh, es kommt wieder Knudeln. Bye, bye. Bye, bye. Schade, schade. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020